Ich bin Projektkoordinator. Ich bin ausbildeter Rechtsanwalt. Ich bin Traduptrische. Ich habe ursprünglich eine Lehre gemacht in der Hotellerie, habe nachher auf einer Botschaft gearbeitet und seit sieben Jahren arbeite ich im IG. Ich habe schon immer ein Interesse für Naturwissenschaft und Technik und sein Materialgüterrecht ist quasi das Gebiet, wo du das kombinieren kannst. Flexibilität, Konzentration und Interesse für das Thema und die Leute. Ich habe hier ein Interesse an der IPI für sechs Monate, und dann ein Jahr nach meiner Interesse hat, ich bin zurück und ich bin hier seit acht Jahren seitdem. All die Projekte, die wir haben sind interessiert, sie sind interessiert in unterschiedlichste Weise, aber was sie haben in common, ist die Kultur. Die größte Herausforderung in meiner Funktion ist, die Verbindung zwischen der Tradupt und der Direktor. Es ist eine sehr vertraute, sehr familiäre Atmosphäre. Man kennt sich, man arbeitet viel mit anderen Abteilungen und Teams zusammen. Wir sprechen immer mit uns und kommen mit Lösungen. Auch wenn die Herausforderung sein könnte, kannst du das nicht alleine machen. Man kann auch beim Mittagessen oder in der Kaffeepause extrem spannende Gespräche führen. Wenn du gerne international und interdisziplinär zusammen arbeitest, dann schaue doch auf unserer Homepage die offenen Stellen an. Seitdem dann an der Kaffeepause der Kaffeepause der Kaffeepause